Egan Margale trug heute einen verschönerten Erdämmantel, Aquats Zura Pumps und eine Givenchy-Klatsch für ihr Verlangen im Canada House mit Prinz Harry, aber ein wichtiges Accessoire fehlte, ihr Verlobungsring. Royal Beobachter auf Twitter stellten fest, dass die Herzogin von Sussex nur ihren Hochzeitsband trug, ein walisisches Goldband des Juweliers Cleve & Company. Ihr Diamant-Verlobungsring, der einige Juwelen der verstorbenen Prinzessin Dana enthielt, war inzwischen nicht in Sicht. Wurde es vielleicht gereinigt? Megan wurde gerade am Freitag während ihres Auftritts bei einem internationalen Frauentag gesehen. Bevor sie über ein Drama zwischen dem Herzog und der Herzogin von Sussex spekulieren, könnte es einen praktischen Grund für die Abwesenheit des Rings geben, Meggans Schwangerschaft. Es ist üblich, dass Frauen während der Schwangerschaft Ringe entfernen, wenn ihre Finger anschwellen. Manchmal können Schwellungen dazu führen, dass das Tragen ihrer Ringe gefährlich ist, schrieb Robin Elise Weiss, promovierte Doula, Geburtshelfer und Schwangerschaftsbuchautor, für Very Well Family. Manchmal passen die Ringe morgens, sind aber später am Tag schwerer zu entfernen. Wenn dies der Fall ist, schlägt Weiss Alternativen vor, wie den Ring an einer Halskette zu befestigen, Designs mit Unterbrechungen in der Band zu tragen, sich für größere Größen zu entscheiden oder vorerst alle zusammenzuwerfen. Hat Megan das Tragen ihres berühmten Schmuckstücks heute übersprungen?